Der Rat der Stadt, Knut Melchior hat sich beraten und sich für euch als einen vertrauenswürdigen Mann mit Mehrheit entschieden. Knut Melchior, ihr seid zum vierten Bürgermeister gewählt. Ein Leisetreter ist der Melchior. Wo denn denen die ganze Faust gezeigt werden müsste, spielt der den Diplomaten. Ich habe nur getan, was jeder seit Jahr und Tag macht. Ihr habt Salzfässer nach Novgorod verkauft, in denen kein Salz, sondern nur Sand war. Und das im Namen und Auftrag unserer Stadt. Es bleibt dabei. 300 Dukaten, Buße in die Stadtkasse oder wir müssen eure Waren pennen. Ach, stirbt. Ich habe gesagt, es ist im Keller. Bei uns ist das was anderes. Halt's Maul, du Hühnerfurz. Du hast hier nichts zu sagen. Ohne mich wärst du schon nicht mehr da. Sind denn ihr alle vom Gehirnfieber ergriffen? Du auch? Nein, nein, ich habe nichts getan. Ich habe bloß Schlangenhäuter ausgekocht und Kröten. Mit dem Teufel habe ich nichts zu tun.